Hallo und herzlich willkommen zu meinem Schwangerschaftsupdate. Heute schön vor unserem Weihnachtsbaum. Ja, es ist jetzt schon die 27. Woche. Also ich bin ja jetzt in der 28. Woche. Es ist jetzt wirklich langsam ein End in Sicht. Aber wenn man sich über... Also es hört sich so viel an, 27. Woche, aber es sind schon noch drei Monate. Und ich wollte heute mal wieder so ein ganz klassisches Update machen, ohne ein bestimmtes Thema. Ich wollte euch einfach so sagen, wie es mir geht, was mir eventuell aufgefallen ist, über was ich mir so Gedanken auch gemacht habe. Ich habe viel Gedanken gemacht. So mit den Symphysenschmerzen ist alles unverändert. Ich habe mich jetzt halt so ein bisschen darauf eingestellt und versucht, meinen Alltag auch ein bisschen danach zu richten. Ich habe halt die ersten Tage ganz, ganz sehr auf meinen Körper gehört. Und danach habe ich jetzt so ein bisschen meinen Alltag ein bisschen abgesteckt. Also jetzt, da Vince ja zu Hause ist durch Weihnachten und Neujahr, gehe ich vormittags mit ihm raus. Weil vormittags habe ich eigentlich, dann ist noch alles gut. Die Schmerzen kommen dann erst so zum Nachmittag hin, dann sehr, sehr stark. Und dann gehe ich doch lieber vormittags mit ihm raus, wenn ich noch keine Probleme habe. Ich musste erst so ein bisschen schauen. Ich habe mich einmal überschätzt. Dann wollte ich eine größere Runde gehen, als ich geschafft hätte. Mussten wir dann in der Hälfte ungefähr wieder umdrehen. Aber es ist nicht so schlimm. Jetzt weiß ich ungefähr, welche Runden ich schaffe, wie weit ich gehen kann. Und dann mache ich halt sowas alles vormittags. Ich gehe vormittags mit Vince raus. Vormittags mache ich so Sachen wie Putzen oder Wäsche waschen oder so. Und dann, dass ich dann gucke am Nachmittag, dass ich nicht mehr viel mache, viel sitzen kann. Nicht unbedingt dann unten auf dem Fußboden bei Vince zum Beispiel. Das tut mir dann auch weh. Wir gehen nachmittags immer nochmal eine Runde raus. Aber dann ist Manu eigentlich immer mit dabei. Weil es halt dann auch auf jeden Fall schmerzhaft für mich wird. Das weiß ich dann schon. Und da muss ich dann auch entsprechend langsam gehen. Und dann ist mir halt lieb, dass er nach Vince gucken kann. Dass er sich mal bücken kann, wenn irgendwie der Handschuh runterfällt oder weiß ich was. Dass ich das einfach nicht zwingend machen muss. Und dann abends ist auch wirklich bei mir gar nichts mehr los. Also abends ist wirklich bitte nur noch sitzen und nichts tun. Also ich hatte jetzt mittlerweile die Symphysenschmerzen sogar im Liegen dann. Dass ich es auch nachts hatte. Das war dann sehr unangenehm. Da wusste ich, ich habe irgendwie den Tag zuvor zu viel gemacht. Ich muss mich wieder ein bisschen zurücknehmen. Rückenschmerzen habe ich jetzt auch verstärkt. Und auch in Ischias hatte ich gestern ganz sehr. Was allerdings auch damit zu tun haben könnte, dass ich vor ein paar Tagen die Kellertreppe runtergefallen bin. Also nicht die komplette Kellertreppe. Ich bin so vier, fünf Stufen und dann konnte ich mich fangen. Und es war erstmal ein ganz schöner Schockmoment. Ich habe auch mega blaue Flecke davon. Und da war dann erstmal so, ich weiß gar nicht, wer mehr geschockt war, ob Manu oder ich. Und dann habe ich auf die nächsten Babytritte gewartet. Und die kamen und es war alles gut. Das Baby bewegt sich nach wie vor ganz normal. Und da habe ich dann auch aufgeatmet. Und so doll bin ich ja jetzt auch nicht gefallen. Aber davon können natürlich die Ischias-Schmerzen auch kommen. Wie gesagt, blaue Flecke habe ich auch. Soviel zu diesen Symphysenschmerzen. Sport hatten wir ja letzte Woche als Videothema. Wie gesagt, da mache ich noch das Arm-Workout und das milde Pilates, sage ich einfach mal. Aber da auch nur, wenn es mir am Abend noch geht, weil ja die Symphysenschmerzen im Laufe des Tages schlimmer werden. Und wenn es mir abends noch danach ist, mache ich noch ein bisschen Sport. Was entspannt wirkt und was mir dann auch ein bisschen Erleichterung bei den Symphysenschmerzen verschafft, ist, wenn ich warm dusche. Baden ist ja nicht mehr so meins. Irgendwie bekommen wir das in der Schwangerschaft nicht so gut. Aber eine warme Dusche, das so entspannt und lockert, das tut auch noch mal ganz gut. Dann hatte ich wieder so Albträume in der Nacht. Also so totaler Quark. Und ich kann mich so richtig nicht mehr morgens daran erinnern. Aber ich habe irgendwas von einer ganz komischen, kuriosen Geburt geträumt. Und es war irgendwie, ja, es ist halt nicht so schön. Ich frage mich halt, woher das kommt. Also das ist ja ein Schwangerschaftssymptom einfach auch, diese Albträume. Wie sowas kommt, ob das durch die Hormone kommt oder frag mich nicht, keine Ahnung. Ansonsten habe ich nach wie vor sehr doll die Babytritte. Und halt, es liegt auch noch immer noch sehr, sehr tief. Also ich hatte schon seit Tagen jetzt kein Sodbrenn mehr, beispielsweise. Was ich bei Vince ja wirklich täglich, ständig hatte, weil er halt sehr, sehr hoch lag. Aber das Baby jetzt liegt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr tief im Bauch einfach. Und ich kann auch noch nicht genau sagen, ob es denn schon mit dem Köpfchen nach unten liegt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es eigentlich quer liegt. Weil ich zum Teil parallel halt Stöße auf der rechten und auf der linken Seite habe. Weiß ich aber nicht. Werde ich ja dann, warte, lass mich überlegen, nächste Woche beim Frauenarzt sehen. Da habe ich ja den letzten großen Ultraschall. Und da wird er dann, ja, werden wir ja dann sehen, wie das Baby gerade liegt. Ich weiß noch gar nicht, wie das dann ist. Bei meiner ersten Schwangerschaft, also bei Vince, hatte ich ja bei jeder Untersuchung Ultraschall. Das hat die Ärztin einfach so gemacht. Bei meiner jetzigen Ärztin habe ich ja wirklich nur diese drei, dreimal Ultraschall, die vorgesehen sind. Und da habe ich quasi meinen letzten Ultraschall in der 30. Woche, glaube ich, 29. oder 30. Woche. Und dann habe ich ja aber noch zehn Wochen. Und dann wird nicht nochmal nach dem Kind geguckt. Also, aber wahrscheinlich können die dann die Lage so komplett ertasten. Also, wenn es jetzt falsch rumliegt, dass sie dann ertasten kann, ob es sich dreht, werden wir sehen. Im Januar steht ja dann, glaube ich, auch mein Geburtsvorbereitungskurs. Genau, den habe ich, glaube ich, im Januar. Der steht ja dann auch an. Muss ich mal gucken, wie oft ich halt hingehen kann. Kommt ja immer darauf an, wie Manu dann arbeiten ist, damit er bei Vince sein kann. Aber, ja, gucke ich mal. So ein paar Mal wird es auf jeden Fall schon klappen, denke ich. Dann hatte ich letzte Woche so einen kleinen Durchhänger, was meine Figur anbelangt. Ja, dadurch, dass ich halt jetzt noch eingeschränkter bin durch die Symphysenschmerzen, kann ich halt nicht mehr so, also ich konnte ja sowieso nicht so viel Sport machen, wie ich gerne wollte. Weil ich ja schon immer von Anbeginn der Schwangerschaft irgendwelche Zipperlein und Wehwehchen hatte. Konnte ich sowieso nicht so Sport machen, wie ich wollte. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, bei der zweiten Schwangerschaft nicht so viel zuzunehmen wie bei Vince. Bei Vince waren es ja 20 Kilo am Ende. Ich bin jetzt bei, also ich habe mich eine Weile nicht gewogen. Ich schätze, es werden jetzt bestimmt schon 9 Kilo sein. Und der Bauchumfang ist jetzt schon bei 111 Zentimeter. Und ich hatte spaßhalber mal geguckt, was ich denn bei Vince für einen Bauchumfang hatte. Und da hatte ich zum Ende der Schwangerschaft in der 39. Woche einen Bauchumfang von 109 Zentimeter. Also ich bin jetzt schon 2 Zentimeter drüber, als ich bei Vince zum Ende der Schwangerschaft hin hatte. Und das merke ich halt auch, dass er sehr, sehr groß ist. Einfach so im normalen Alltag. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, mir Schuhe zum Beispiel zu machen. Oder mich nach irgendwelchen Dingen einfach zu bücken oder so. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Oder wenn ich zum Beispiel auf der Couch sitze und mir irgendwas auf dem Wohnzimmertisch anschauen will. Und dann beugt man sich ja so nach vorn. Das ist echt unangenehm. Und meistens in solchen Situationen, wenn ich dann so nach vorn gebeugt oder so, irgendwie was kurz gemacht habe und dann aufstehe, liegt mein Kind direkt auf meiner Blase. Also das ist so ein Punkt, dieses auf der Blase geliehen. Das ist echt dann total unangenehm. Und es passiert dann halt so plötzlich. Und da bin ich froh, wenn ich gerade zu Hause bin und auf Toilette gehen kann und nicht irgendwie unterwegs. Aber zurück zu meinem Körper und das Unwohlfühlen. Ich weiß, dass ich bei Vince natürlich auch irgendwie auseinandergegangen bin. Gerade auch bei den Oberarmen habe ich es bei ihm. Oder weiß ich es, weil ich es auf Fotos sehen kann. Da mache ich halt jetzt ein bisschen was für die Oberarme. Aber meine Beine. Ich habe, meine Oberschenkel werden immer größer. Meine Unterschenkel, an meinem Hintern setzt sich Fett an. Und ich habe mich letzte Woche so unwohl gefühlt. Und es war so, ja, ich konnte halt nicht, also wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, hätte ich mich einfach zusammengerissen und Sport gemacht. Hätte mal wieder noch extrem auf meine Ernährung geachtet. Ich finde, ich achte in der Schwangerschaft so sehr, sehr gut darauf. Aber ich kann halt nicht auf irgendwelche Lebensmittel verzichten oder die sehr einschränken. Wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Milchprodukte. Ich habe halt auch im Moment große Lust auf Milchprodukte oder Kohlenhydrate wie Nudeln beispielsweise. Und man sagt ja, was der Körper in der Schwangerschaft braucht. Danach hat er auch Gelüste. Und deswegen esse ich es auch so. Aber dann nicht die extrem fettige Variante oder extrem viel. Ich esse auch keine doppelten Portionen oder sowas. Oftmals schaffe ich meine Portionen auch gar nicht. Und ich habe auch nicht mehr Hunger oder ich habe auch keinen Heißhunger zum Glück. Also so am Essen kann es gar nicht liegen. Ich weiß nicht, ob durch irgendwas mein Stoffwechsel extrem eingeschränkt ist, das deswegen ist. Aber wahrscheinlich ist es einfach dieser rapide Abfall von doch regelmäßigem Sport zu gar keinem Sport. So wirklich null. Also ich fahre ja auch kein Fahrrad mehr. Ich laufe, wenn ich Glück habe, schaffe ich so über den Tag verteilt eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen. Und das kann man auch nicht wirklich als Sport bezeichnen. Ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass ich halt relativ regelmäßig Sport gemacht habe. Und von jetzt auf gleich ist das komplett alles weggefallen. Und dadurch bin ich halt so auseinandergegangen. Und das ist halt so unangenehm. Es sieht zum einen natürlich nicht schön aus. Hannu sagt, das ist doch alles nur für eine bestimmte Zeit und das geht doch dann wieder weg. Und so, das weiß ich auch selber. Ich weiß auch selber, dass es nur noch ungefähr drei Monate dauert. Und dann kann ich wieder da ein bisschen was dagegen auch tun. Aber in dem Moment hat es mich so gestört, dann fingen halt an, die Hosen nicht mehr richtig zu passen. Dass das Unmöglichheit natürlich an den Oberschenkeln aussah. Und dass auch am Bauch die von den Umstandshosen dieser, wie nennt man das, dieses Stück Stoff, was da halt noch hoch geht, dass das halt im Bauch eingeschnitten hat, weil der so groß ist. Und das sah natürlich auch nicht schön aus. Es waren dann solche, keine Ahnung, Rettungsringe, die dann da oben irgendwie so, wenn man halt ungünstig gesessen hat. Und ich habe mich letzte Woche so unwohl gefühlt, meinem Körper. Sowas von nicht schön. Jetzt geht es mittlerweile wieder. Also jetzt hat sich das irgendwie wieder so beruhigt. Es war wahrscheinlich auch nur so eine Phase, sowas hormonell bedingt. Es ist wahrscheinlich einfach so, ich freue mich einfach mega, wenn ich dann wieder Sport machen kann. Also mein Plan ist, sechs Wochen nach der Geburt fange ich dann mit Rückbildungsgymnastik an. Wirklich dann auch, will ich auch täglich so 20, 30 Minuten was machen. Da gibt es ja auch zig Videos auf YouTube. Und dass ich dann acht Wochen nach der Geburt, wenn halt jetzt nicht irgendwelche Komplikationen bei der Geburt gab, mit 30-Day-Schwollert anfangen will und wirklich 30 Tage am Stück durchziehen will, weil ja dann der Sommer auch vor der Tür steht. Also mein Kind kommt Ende März und so im Juni möchte ich schon wieder in meine Sommersachen reinpassen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Diesmal weiß ich ja auch, dass ich mir keiner falschen Hoffnung machen muss, wie bei Vince. Ich habe meine normalen Klamotten ins Krankenhaus mitgenommen. Das war ein totaler Fail. Also jetzt weiß ich, dass ich danach halt schon noch meine Umstandshosen und auch die Umstands-Leggings eine Weile anziehen muss und ein bisschen auch weitere Sachen dann mir vielleicht auch noch kaufen muss. Ein paar weitere Oberteile jetzt so ein bisschen am Bauch einfach auch kaschieren. Mit was ich ganz, ganz zeitig anfangen will, ist so Shapewear. Das habe ich bei Vince erst spät begonnen. Jetzt will ich das wirklich, erster Tag nach der Geburt, wenn ich da das okay bekomme, will ich dann täglich Shapewear tragen, weil das sehr bei der Rückbildung einfach auch hilft. Ich hatte bei Vince starke Schwierigkeiten, dass sich das einfach nicht zurückgebildet hat. Und ja, ich merke jetzt übrigens auch schon so ein bisschen Wasser. Also das merke ich so an meinem Ehering, aber es geht noch. Also solange ich den Ring noch umlassen kann, ist noch alles gut. Bei Vince konnte ich den dann am Ende ja nicht mehr tragen. Ich hoffe, dass sich auch die Wasserablagerung in den Beinen ein bisschen in Grenzen halten, weil bei Vince haben ja dann keine Schuhe mehr gepasst. Ich kann ja aber im Winterfrühling nicht ohne Schuhe rausgehen. Deswegen hoffe ich, dass auch das so ein bisschen in den Grenzen bleibt. Dann steht ja jetzt im Januar die Renovierung der Kinderzimmer an. Das wird dann auch hier wahrscheinlich komplett Thema auf dem Kanal sein. Vlogs und Roomtouren und alles Mögliche zu der Renovierung. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Also ich hasse es zu renovieren. Alles, was so halt streichen ist und tapezieren und Möbel aufbauen, ist so nicht meins. Aber Schränke ausräumen ist noch okay. Und dann freue ich mich einfach auf den Moment, wenn die Kinderzimmer fertig sind, wenn die Möbel stehen und ich alles einräumen kann. Und wenn ich dann vom Dachboden Vince alte Babysachen runterholen kann, wenn ich die waschen kann, wenn ich die dann in den Schrank einsortieren kann. Auf sowas freue ich mich unglaublich doll. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich das bald mache, weil ich habe komplett überhaupt gar keinen Überblick, was ich bei Vince in welchen Größen hatte. Weil Vince ist ja im Hochsommer geboren und das Baby jetzt kommt ja schon, also Ende März wird es sicherlich noch recht kühl sein. Gerade weil wir halt jetzt auch noch nicht wirklich Winter haben, habe ich Angst, dass der Winter dann sehr, sehr lange anhält. Auch dieser kalte Winter dann sehr, sehr lange anhält. Und deswegen muss ich mir unbedingt einen Überblick verschaffen, was ich eventuell noch bräuchte, gerade in den kleinen Größen vielleicht. Dann, genau, da werde ich dann nochmal losziehen und ganz gezielt nochmal die und die Babysachen besorgen. Dann muss ich mir dann auch mal so Gedanken machen, was habe ich jetzt noch von Vince, was muss ich mir noch holen? Da wollte ich mal eine Liste machen, weil ich wollte auch ein Video darüber machen, über die Anschaffung beim zweiten Kind, weil man da ja nicht mehr alles braucht. Und einfach dann mal so wirklich zu überlegen, was brauche ich noch? Dann will ich ja ein bisschen was ausprobieren, was ich bei Vince halt einfach nicht gemacht habe. Also ich möchte halt eine Trage mir kaufen, weil ich hatte ja bei Vince überhaupt gar keine, auch kein Tragetuch oder so. Und das einfach mal für mich ausprobieren, einfach so Dinge oder ich brauche zum Beispiel keinen Kinderwagen, aber ein Kiddieboard für Vince und so. Und damit will ich mich dann beschäftigen, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Also das wird so den kompletten Januar in Zeit in Anspruch nehmen, weil wir machen ja unser Schlafzimmer auch mit. Also es wird oben alles komplett gemacht. Und dadurch, dass wir das halt alles neben der Arbeit machen müssen, also beziehungsweise neben Manus Arbeit machen müssen, und ich ja weder streiche noch tapeziere oder irgendwelche Möbel auf- oder abbaue, wird das schon den ganzen Januar einfach, denke ich, dauern. Und dann kann ich aber im Februar noch ganz in Ruhe dann die letzten Besorgungen fürs Baby einfach auch machen, werde dann auch anfangen, so die Kliniktasche zu packen und solche Sachen. Das werde ich dann alles auch auf Video festhalten und darauf freue ich mich. Also das sind so die Sachen, auf die ich mich Anfang nächstes Jahres sehr, sehr freue, weil dann so die Vorbereitung aufs Baby wirklich richtig losgeht. Jetzt war es eher noch so, ja, es kommt, wir wissen wann. Und im Kopf spielte man schon immer mal so durch, was man noch kaufen muss oder was man noch alles erledigen muss, aber das geht dann für uns erst so richtig dann im neuen Jahr los. Dass wir die restlichen Sachen kaufen, dass man dann noch mal überlegt, hat man jetzt alles, dass man halt das Zimmer einrichtet und so. Aber da freue ich mich sehr drauf. Genau, das war mein Schwangerschaftsupdate zur 27. Schwangerschaftswoche. Gab jetzt nicht so viel Spannendes zu erzählen, aber ich teile halt einfach gerne mit euch, wie es mir so geht, was ich an mir festgestellt habe. Ich denke, das nächste Update wird dann wieder interessanter, wenn ich beim Frauenarzt dann war und den letzten großen Unterschall hatte. Vielleicht kann ich euch dann auch endlich sagen, was es wird. Wenn ich es euch da nicht sagen kann, dann erfahren wir das alle erst bei der Geburt unseres Kindes. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es euch gerade so geht oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.